Letztes Jahr haben wir gemeinsam gegen Uploadfilter gekämpft. Ich war für euch im Europaparlament, ihr wart zu 100.000 auf der Straße und Millionen haben Petitionen unterzeichnet. Jetzt ist die Umsetzung der Uploadfilter in deutsches Recht in Arbeit. Und das heißt auch für uns, dass die nächste Phase im Kampf gegen Uploadfilter beginnt. Control Copyright heißt meine neue Initiative mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die GFF setzt sich schon seit Jahren vor Gericht für eure Grundrechte ein und ab jetzt werden wir das auch gemeinsam in Fragen des Urheberrechts tun. Wir alle wissen, Uploadfilter verstoßen gegen Grundrechte. Es wird massenhaft zur Sperrung legaler Inhalte kommen und dadurch wird eure Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt. Wir werden die besten Fälle suchen, um das zu demonstrieren und vor Gericht gehen mit dem Ziel, entweder Uploadfilter komplett aus dem Gesetz zu streichen oder zumindest zu entschärfen. Wir haben noch ein Jahr Zeit, dann werden die Uploadfilter in Deutschland verpflichtend. Diese Zeit müssen wir nutzen, um von Tag 1 handlungsfähig zu sein und Klagen einzureichen. Dafür brauche ich deine Unterstützung. Ab 3 Euro im Monat kannst du Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte werden, denn Gerichtsverfahren sind lang und kosten viel Geld. Das schaffen wir nur gemeinsam. Außerdem rufe ich alle Creator auf. Wenn du unfaire Copyright-Strikes bekommst oder wenn dein Twitch-Stream gesperrt wurde, melde dich bei mir. Und alle Wissenschaftlerinnen, wenn du durch urheberrechtliche Regeln in deiner Forschung behindert wirst, gib mir Bescheid. Gemeinsam können wir etwas dagegen unternehmen. Wir können nicht nur deine Rechte gerichtlich durchsetzen, sondern idealerweise auch Präzedenzfälle schaffen, die unser aller Grundrechte im Internet schützen. Es gibt also drei Dinge, die du jetzt ganz konkret tun kannst. Werde Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Berichte mir von deinen Copyright-Problemen, die deine Grundrechte betreffen. Und teile und like dieses Video, damit sich bei all den Bots da draußen herumspricht. Wir haben nicht aufgegeben. Es geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.